Im Königreich Jerusalem gab es sechs wesentliche Ämter, der Konstabler, der Marschall, der Seneschall, der Kämmerer, der Munsenk und der Kanzler. Die ersten vier bildeten die großen Ämter. Zeitweise gab es noch Beiles, Vizegrafen und Kastellane. Im Wesentlichen entstammten diese Ämter dem nordfranzösischen Feudalismus des 11. Jahrhunderts, der Heimat des Kreuzritteradels von Autrema. Während sie sich in Frankreich und England zur gleichen Zeit weiterentwickelten, geschah dies nicht im Königreich Jerusalem, wo ihre Entwicklung beinahe zum Stillstand kam. Deshalb unterschieden sich Inhalte und Funktionen der Ämter bald von denen der Herkunftsländer der Kreuzritter. Wobei die Ämterstruktur des Kreuzfahrerstaates im Vergleich zu den moderneren europäischen Monarchien archaisch wirkte. Die folgende Liste ist nicht vollständig, zumal Namen und Daten der Beamten zum Teil nicht bekannt sind. Konstabler Der Konstabler kommandierte die Armee, bezahlte Söldner und richtete in Rechtsfällen, die das Militär betrafen. Er war der wichtigste Beamte eines Reichs, das sich fast ständig im Kriegszustand befand. Simon Hugo Kulis Eustachy Garnier Wilhelm I. von Bures Manassas von Hirges Humphrey II. von Thuron Amalrich von Lusignan Johann von Ebelin Walter von Montbelliard Odo von Montbelliard Philipp von Montfort Johann von Ebelin Wilhelm von Botron Balian von Ebelin Richard von Neuplanz Simon von Montoliv Balduin von Ebelin Amalrich von Tyres Marschall Der Marschall war dem Konstabler untergeordnet und offensichtlich auch dessen Vassal. Er führte die Söldner und kümmerte sich um die Pferde der Armee und verteilte die Beute aus einer siegreichen Schlacht. Das Amt hatte wenig Bedeutung. Sado Odo von St. Armand Joschelin III. von Edessa Wilhelm Gerhard von Pugi Johann Gerard de Reitfort Walter de Rus Hugo Martin Arnulf Johann Amar de Liren Jakob von Dornay Philipp von Kossi Gottfried von Sarkines Johann von Gieblet Wilhelm Karnay Jakob Widal Säneschall Der Säneschall war in Jerusalem weniger wichtig als in Europa. Der Säneschall richtete die Krönungszeremonie aus und überwachte den Haute Kur in Abwesenheit des Königs. Er beaufsichtigte die königlichen Burgen und organisierte die königlichen Finanzen. Er sammelte auf die königlichen Steuern ein. Hugo von Sankt Oma Jeff S. von Barzorches Hugo Schostert Ancherius Isaac Johann Guido der Franzose Miles von Plänzi Ralf Joschelin III. von Edessa Obertus Nepos Rudolf von Tiberias Raimund von Gieblet Balduin von Ibelin Gottfried von Sarkines Robert von Kresk Olivier de Termes Johann von Grailly Odo Polachien Balduin von Ibelin Kämmerer Der Kämmerer war mit dem königlichen Haushalt und seinen Dienern befasst, hatte darüber hinaus weitere ehrenvolle Pflichten. Wie die Abnahme von Gelübden Er hatte sein eigenes Lehn, aus dem er sein Gehalt bezog. Strabulon Gottfried Gerhard Johann Ralf Joschelin Miles Nikolaus Gauwe von La Roche Gerhard von Pugi Amalrich von Lusignan Johann Raimund Balian von Jaffa Thomas Heinrich von Canelli Johann Ruhet von Kaifers Reinhard von Kaifers Johann von Kossi Philipp von Kossi Mundschenk Die Pflichten des Mundschenks sind nicht bekannt, es scheint sogar so zu sein, dass das Amt den Wegzug aus Jerusalem nach Akon nicht überstanden hat. Winrich Jäwe Pagan Robert Crispin Odo von St. Armand Miles Kanzler Die Kanzlei ist ein interessantes Beispiel für die Versteinerung der Ämter im 11. Jahrhundert. Sie bestand aus nur wenigen Sekretären und Schreibern und wurde nie eine große Verwaltung wie in Europa. Kanzler waren oft Kleriker, wurden oft Bischöfe oder Erzbischöfe, behielten dabei manchmal ihr Amt als Kanzler bei. Die vergleichsweise Unwichtigkeit des Kanzlers spiegelt die relative Dezentralisierung der königlichen Autorität verglichen mit Staaten wie Frankreich oder England wieder. Die zur gleichen Zeit immer mehr zentrale Autorität entwickelten Arnold Pagan Amelinus Franco Helias Radulf Friedrich Wilhelm Erzbischof von Tires Lambert Bentinus Peter Bischof von Tripolis Odo Joschius Erzbischof von Tires Radulf Bischof von Sidon Simon Erzbischof von Tires Maregnan Bayi Der Bayi verwaltete das Königreich in Abwesenheit des König oder seiner Minderjährigkeit mit den Kompetenzen eines Regenten. Zum Beispiel während der Gefangenschaft Balduinsch II. und der Jugend und Krankheit Balduinsch IV. Im 13. Jahrhundert regierte der Bayi im Wesentlichen selbst wie ein König und war der mächtigste Mann im Reich. Zumal die Könige üblicherweise ausländische Monarchen waren, die nicht dauernd im Nahen Osten lebten. Eustachy Garnier Wilhelm I. von Bures Miles von Plänzi Raimund III. von Tripolis Reinhardt von Châtillon Guido von Lusignan Raimund III. von Tripolis Johann von Ebelin Odo von Montbelliard Thomas von Callan Odo von Montbelliard Johann von Ebelin Johann Fuinon Johann von Ebelin Johann von Ebelin Johann von Ebelin Gottfried von Sarkines Balian von Ebelin Roger von Sainz-Everino Odo-Polechien Balduin von Ebelin Amalrich von Lusignan Vizegrafen und Kastellane Die beiden Ämter wurden manchmal von einer Person wahrgenommen, manchmal von zweien. Manchmal war aber auch eines oder beide Ämter nicht besetzt. Sie wurden vom König ernannt und bewohnten den Davidsturm, ihre Aufgaben jedoch sind nicht genau bekannt. Der Vizegraf nahm wohl Aufgaben der Rechtsprechung, Verwaltung und wirtschaftlichen Nutzung der gesamten Kron-Domäne wahr. Während der Kastellan für Verwaltungsaufgaben in der Stadtfestung Jerusalem zuständig war, vermutlich mit einem militärischen Schwerpunkt. Mit der zunehmenden Verteilung der Ländereien der Kron-Domäne als Lehnen an Vasallen des Königreichs Jerusalem verlor das Amt des Vizegrafen an Bedeutung und verschwand anscheinend schließlich. Das Amt des Kastellans von Jerusalem wurde nach dem Verlust der Stadt an die Muslime 1187 überflüssig und nicht wieder besetzt. Anselm, Pisellus, Anchetinus, Roat der Ältere, Arnold, Odo von St. Armand, Roat der Jüngere, Peter von Crisetto, Balian von Jaffa, Peter von Crisetto, Roat der Jüngere, Peter von Crisetto.